In diesem Video erfährst du alles, was du über Vitamin B2 wissen musst. Der Körper benötigt das wasserlösliche Vitamin B2 bei vielen Stoffwechselvorgängen. So ist es etwa nötig, wenn der Körper Glucose oder Fettsäuren in Energie umwandelt. Das Vitamin ist zwar nicht sonderlich hitzeempfindlich, aber lichtempfindlich und Lebensmittel mit viel Vitamin B2 sollten daher dunkel gelagert werden. Außerdem geht bei der Zubereitung viel Vitamin B2 ins Kochwasser über, daher sollte dieses nach Möglichkeit mitverwendet werden. Ein Mangel an den Vitaminen kommt in Deutschland nur sehr selten vor. Wer regelmäßig große Mengen Alkohol verzehrt oder wer sich vegan ernährt und nicht auf Vitamine und Nährstoffe achtet, läuft Gefahr von einem Mangel betroffen zu sein. Symptome für einen Vitamin B2 Mangel sind eingerissene Mundwinkel, eine Entzündung der Mundschleimhaut und entzündliche Hautveränderungen. Gute Quellen von Vitamin B2 sind etwa Milch und Milchprodukte, Fisch und Fleisch, Brokkoli, Grünkohl und Vollkornprodukte. Hier geht es weiter zum nächsten Vitamin. Fisch und Fleisch Fisch und Fleisch